Ich habe mich gestresst hier. Meine Reizblase ruft. Besser den Reiz da. Ja, die haben uns jetzt von hinten überlaufen. Da ist ein ganzes Squad jetzt auf der Pose. Aber wir können hier wieder einen aufbauen. Und meiner Pose ist auch okay. Wir haben doch gerade einen Tank rein, aber hm. Oh, dass ich den im Edge habe, das kommt mir nicht jetzt wieder. Habt ihr den gesehen? Der hat den getan. Mit dem zweiten Schuss einfach auf die Range. Und das mit dem Schuss. Und das mit dem Schuss. Mit einer M1. Das war Glück.